Ah wir haben einen neuen Punkt! Einwandfrei! Da will der heimlich werden! Ach warum? Wieso denn nicht? Na dann! Das ist nicht der Punkt! Lalalala! 3, 2, 1, raus! Tschüss! Fallen alle raus, wie die Köttel! Ganz schön durchfall der Flieger! Na ja, Auswurf! Ich stehe direkt hier runter, schnickschnack! Wir sammeln hier schon mal ein! Ich sehe aber niemanden um uns rum! Ein Buggy direkt vor... Vor der Stadt! Ich sehe den Dacia! Ich gehe den Dacia holen! Spät gesehen, verdammt! Ich hätte nicht landen können! Der Morph! Hätte landen können! Ja! Hat er nicht gemacht! Nein! Komm du Hühner Schrecker! Bin wir schon da! Back from Morph! Back from Morph! Mittendrin sind wir! So, ich halte mal an! An den Autos! In die Kirche? Ich gehe in die Kirche! Ja! Okay, gut! Ein Geschossraum! Rennen auf die Kneipe zu! Und sagt, ich gehe in die Kirche! Ich so, what? Ich gehe mit hier in dem Saft! Da hat nicht einen Rucksack! Das gibt es doch nicht! Oh, Entschuldigung! Dann fahre ich! Da lacht er! Ich bin mit der Maus gegen die Tastatur gekommen! Ein Rucksack! Dankeschön! Sehr nett! Ich gehe mit mir jetzt die Scheißknarre! Oh! Ich hätte jetzt keinen Helm! Ich bin doch da! Ja! 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 Ah! Ja! 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 Ich gehe mal in das Haus! Hier ist ein Überrasch! Ich sehe Scheiße. Ja, wo ist hier? Hol den Rucksack! LOL Loot Drop. 355 Grad mitten im Wasser. Okay. Ich habe keinen Hut. Yay! Rucksack. Ein Hut! Auf der Kirche liegen zwei Stück. Hier liegt ein AK. Ja. Ich habe einen SK. Hier liegt eine Umpe. Habe ich auch. Ich habe einen Outzing. Zwei Rucksack noch im komischen Gebäude mit der offenen Treppe. Habe ich. Hier kein Boot irgendwo. Da hinten liegt ein Boot. Na fahr doch. Mach ich auch. Der Boot ist aber ein bisschen weiter weg. Da muss ich ein Auto holen und da hinfahren. Mach ich jetzt mal. Kann ich schon machen. Wir sind doch mitten im Kreis. Ja. Sind wir. Okay. Mief, 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 Mief. Mief, Mief. Hier ist eine Scheiße drin. Kann ja das sein. da hin. Alala. Ach herrlich. Mann, no meter du. Et ist der Weltbesterloot. Und noch dünerwetter. Oh Forest. Ich hab das. Noch ne Umpe. Ein Millionen Umpen. Okay. Jetzt kein Knussball. Noch ein zweier Helm bei mir. Sehr schön. So. Oben auf dem Dach oder unten drinnen? Ja unten. Okay. Was haben wir denn da drin? Dreier Weste, dreier Helm. Und ne AUG. Ja, dann. Rezept. Oh. Mein Haus wurde getroffen. Yeah, ich hab 30 Schuss grüne Munition gefunden. Das hab ich 60. Ja immerhin. Ich spring jetzt hier raus. Immer noch ne einer Weste. Leck mich doch. Ist der nicht der. Er kann nicht der nicht erfassen. Ist der eine Scheiße. M16? Oh. Dreier Weste. Ne. Okay. Ich nicht. Die Muni nehm ich gerne. Okay. Ich hab' ich verstanden. Ich kann dir begeben. So. Was. Ne. Wie viel hast du denn? 90. Ne. Aber halt. Ich bräuchte für diese AUG alle Anbauteile. Keine Ahnung was da dran kommt. wo ist es vom visier oder nicht hast 1 kein visier ich auch morgen mal einen abgeben ich weiß gar was die auge da für ein teil ist ist die elefantenknarre oder nicht so eine kleine ist das irgendwie ist er die großart zufällig ne mit grüner munition kann sein dass das war ich geh mir jetzt noch den hut holen ja dann können wir rüber zum schützenplatz fahren oder ich bin jetzt bei euch gut taxi der hut ist oben gewesen ne alicia cesar unten ah da ist der ja ich höre dich morf ich höre dich noch fünfmal gas geben oh spitze platz da wo die knalle herkommt ja aber vorher halten ne da weißt du ja ja an der ecke based wo du hast gar kein visier nein du hast du gleich mal einen dreier ja gut schmeiß ich hier hin noch danke möchtest du können autofahren fahren oder kommen keine ahnung fährt er hin in den beckow der fährt gerade weg die sind hier gerade fertig leid ab den hund boll bing 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 er ist umgefallen der out auto oder typ der out die sind ausgestiegen der hat auto und den typ sind umgefallen einen hab ich getrunken ausgenockt bin der an der mauer entlang oder wo ja ja tot ja was habt ihr denn uns mitgebracht ich würde den oberen der liegt zum looten 2R Helm, H brauche ich nicht, die liegen doch hier eine VSS, die haben nichts gehabt SKS haben die SKS brauche ich nicht, ne kein Visier, kein nix nix, also hier der nix ach komm, das kann nicht sein, dass die die gesamte Hütte alles durchgetucht haben dass hier nix war die waren nur so dumm hier anzuhalten jetzt gehts sowieso schepper schepper in das Haus hier liegt Schmerzmittel die haben hier nicht gelootet die sind einfach vorbei gefahren oh oh bist du mir hier sicher? ahhhh ich will nicht let's spin du scheiße wegde ich bin da noch so jung oh oh wow wien 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 schmerzmittel haben sie übersehen ich weiß nicht ob hier noch mehr ist ah zweier Weste, sehr schön noch mal grüne Monkey also ich kann gleich grüne Monkey wenn einer braucht jaa hinter dir bereits oh hier ist noch ein Reifach da gibt es die sie wieder moni raus ja hier bitteschön 140 stück brauchst du gar nichts davon oder was ich hab noch 280 hier ist noch ein zweier helm ich sehe hier warte mal zack zack ich gehe runter im bunker hier in dem popf wollte schon sagen ich komme auch schüsse aus fahne fahne unten zwei rucksack fahne ich habe ich habe ich habe ich ein koffer ich könnte noch ein magazin gebrauchen wenn einer hat so oder griff oder so oder nix ich will den aus dem allerwertesten ziehen und nun wo gehen wir hin stehen autos hütten sonstiges laufen gerade raus ja ich würde mal auf den berg kriechen hier können wir auch hinfahren da unten dahin nein ich will nicht dahin fahren ok nur dahin laufen auf den hügel hier und gucken ob jemand von der stadt kommt ich will keinen krach machen und sagen hallo hier sind wir sondern nur hier schielen ob zufällig einer von weiß nicht wo von richtung osten irgendwo zur stadt gefahren ist dann meint er mit noch darum looten genau weil wir sind hier doch quasi mitten drin warum sollen wir noch hier rumfahren aber zu looten ist hier doch nichts mehr groß kannst du jetzt knicken ihr habt ihr ja schön da weg gemacht ich wollte extra außen rumrennen den idea beschäftigen dann von oben eingreifen aber ja gar nicht nötig hat komische kackige dreifache ist auch nicht so super teil gehen auch zu dem haus runter ja ja ich finde da drei vorne so besonders nette komische strich da das ist wesentlich ich renne hier auf den hügel rum wie ein depp ich auch ich fühle mich nicht wohl ich höre was süden oben vom berg habe wieder nach vorne folge richtung schütze platz 195 grad eher ja da oben an dem haus sehr wahrscheinlich oben ist ein haus weißt du ja da da macht ganz übel wie weit man die schütze hört da kommt die wand die karre brennt hinten hat die eine kaputt geschossen ich sehe wir laufen bei der knarre läuft einer über bei der karre die brennt läuft dann links den hügel hoch genau in dem schatten raum jetzt läuft er wieder zurück da kommt noch noch 2 22 an einem auto ich gehe jetzt ran hast du noch dreifach ja willst du haben wenn er klar hat sie eben abgeben jetzt was ob sie haben wird da draußen ich gehe näher ran seid ihr schon da ne wir müssen weit weg wir müssen weit weg wir müssen hinten rüber wir können zurück zu beginn zu dem auto kommen scheiße weiß ich nicht jetzt können die natürlich gerade über die straße laufen diese rennen oben am baum wir sehen uns nicht die laufen auch die richtung haben uns nicht gesehen nee das ist gut dann fahren wir hier lang unten sie wären hier rum ich bin gleich da hoffsache alle sitzen schon und warten auf den fahrer ja da weiß noch wohin ja ich will möglichst unten lang sie wären die waren wir ja schon den giti park da fahren wir unten vorbei und die müssen die gleich hoch kommen oder nicht und die müssen noch weit laufen die jungs die kein auto finden sind sie ganz schön in den popo gekniffen wo ist die halle die halle ist da ach du scheiße da haben die nie im leben da stand da unten steht da unten nach baggie aber den werden sie wohl nur gesehen haben oder was wo steht ein baggie direkt hier rechts an der straße moment weiter fahren so weit können die noch nicht sein es sei denn die haben auto gefunden diese nicht laufen da unten steht da unten 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 beim baggie ja der baggie fährt ja wir sind aber vorher da zwei baggies zwei baggies kann ich hinter den hügel lang sehr schön oben vom hügel auch noch ja haben wir für den skype weiter 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 Zwei. Zwei. Tot. Tot. Komm, heb mich auf. Ja, danke. Der ist aber noch gekrabbelt, ne? Tot. Alle down. Sehr, sehr gut. Ja, war nicht schlecht. Hier ist noch eine Adrenalinspritze drin. Ne. Achtfach ist hier drin Morph? Hab ich. Ah, ist ein Achtfach, okay. Hier sind noch Griffe, Scheißdreck, alles mögliche. Hier ist eine grüne Munihelm. Ja, Moment, ich muss jetzt erstmal hier ein bisschen... Habt ihr Zeug zum Heilen? Ja. Heilungskisten und alles mögliche habt ihr? Ja. Besorbsschütze? Ich weiß nicht, woher? Wo ist ihr weg? Aus Norden, würde ich sagen. Hier, wir müssen noch weiter. Ja, ich habe mir gerade eine Adrenalinspritze rein. Aus Norden? Die weilt gar nicht, die Adrenalinspritze, oder? Doch. Doch. Komm schon. Da kommt er. Da kommt er. Los, eine Kiste rein, eine Kiste rein. Komm, 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 komm. Alle, sie fährt? Nein. Ja, dann musst du umsteigen. Ja, dann musst du umsteigen. Ich kann jetzt nicht die Gegend lesen, ich kann nicht auf die Karte gucken, weil es übel hier. Bei blau wäre noch ein Häuschen? Ja, ich habe das gedacht. Nee, wir brauchen am Rand bleiben, ja. Okay. Drinnen sind wir? Das Auto hat Allrad, das schafft man. Alter Schwede. Ich habe keine Ahnung wohin jetzt. Wir könnten überall welche rumkrabbeln, über uns. Ich halte die am Weg an. Ja. Wenn die da drauf sind, hier haben wir noch ein bisschen... Weg von dem Auto. Unten höre ich knuspern. Seit 8 passt gar nicht da drauf. Super. Hat einer eine Waffe, wo ein 8fach drauf passt? Nein. Nein. So, verloren. Kommt ihr mit? Ja. Problem ist hier hoch. Jetzt gehen wir wieder raus. Nee, wir gehen nur an den Rand hier oben. High ground. High ground. Kennst du doch. High ground. Wir können nur bis zu drei Meter kommen wir ja gleich zurücklaufen. Das ist kein Thema. Ja. Schüsse aus. Westen. Westen. Das ist doof. Wir können quer durch die Ruine laufen. Das ist doof. Wir können quer durch die Ruine laufen. Laufen wir echt in Norden. Ja. Drei Mann. Vier Mann. Wir spielen nur dreier Team. Ja. Morph. Bitte. Achso. Okay. Dreck. Kopfschuss. Hier krieg ich. Ne, liegt neben dir. Mach ich. Ne, schnell, schnell. Pass auf, die rennen links rum. Rechts rum. Rechts rum. Rechts rum. Rechts am Baum kommen die gleich raus. Wenn. Vorsicht. Nicht raus gehen. Er hat eine K. Und trifft sofort. Da kommt er schon. Siehste. Weg hier. Nicht zu mir. Nicht zu mir. Lauft weg. Hier in die Ruine rein. Liegt hier irgendwo noch ein Helm? Keine Ahnung. Guck mal mit. Vorsicht. Vorsicht. Nein, nein. Passt ihr auf. Die Wand kommt. Wir müssen rein. 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 Kommt hier runter zu mir. Es ist eine schöne Deckung. Das war mein Helm. Nein. Lass das jetzt. Mach nicht so'n Quatsch. Mach nicht so'n Quatsch, bitte. Was kann ich nicht? Was soll denn das Quatsch? Leise. Hier an der Kante. Ich würde versuchen, an der Stelle oben rum zu kommen. D ein. Gradzahl, Gradzahl. Von mir aus 5 Grad. Ich bin hier ziemlich eingekesselt. Unter mir ist auch noch einer. Der hat den grad beschossen. Wir sind im nächsten Kreis nicht drin, der da oben. Der sich da oben versteckt hat. Bei 5 Grad. Kommen wir nicht hier hoch? Das seid ihr? Alles klar? Ich bin das, ja. Ich bin unterhalb. Kommen wir Energy rein. Also, ich meine hier richtig. Ja, gesehen. Äh, 95 Grad. Kommen noch welche von unten? Hinter dem Felsen ist der. Granate zu uns. Ja, sicher. 95 Grad. Ja. Hinter dem großen Felsen da. Ich sehe leider keinen großen Felsen. Ach, der ist genau hinter deinem Felsen quasi, ne? Ja. Okay, ich werfe eine Granate. Hab ihn. Hab ihn, Morph. Hab ihn. Sehr geil. Sauber. Mach mal einen Wurf, was? Hat noch, äh, ich kann bei dem gucken, ob der einen Energy hat. Der ist bestimmt alleine. Energys habe ich 1000 Stück. Bin bei dem. Wir müssen hier runter. Ich habe gleich keine Muni mehr. Äh, für die Umpe. Für die Umpe habe ich noch. Für die andere habe ich noch. Ist gut, ist gut. Werft euch Zeug an. Hat der einen Hut, Morph? Äh, Zweier, ja. Ich komme. Geht er weg, bitte. Wenn du jetzt dein Zeug gerafft hast. Äh, wo ist der fucking Zweier Hut? Da ist er. Okay. Und Munition hat er noch. Okay, 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 okay. Scheißdreck. Okay, weg, weg, weg. Komm zu euch. Noch drei andere leben. Äh, sehe einen. 140 Grad. Ist hier 230 Grad. Gehitte zweimal ausgenockt. 130 Grad? Ja, der krabbelt da. Ja. Getötet. Sehr gut. Ich sehe den anderen. Ausgenockt. Ja. Pass auf, von, äh, 240 Grad. 240 Grad. Ja. Nächster gekillt mit der Granate. Nächster gekillt mit der Granate. Alizee, kannst du mich aufheben hier noch? Äh, der, der kommt von der Richtung Alizee. Äh, Westen. Westen, von mir aus. Von oben. Da ist er. Schieß, Alizee, schieß, schieß, schieß. Hinterm Baum, direkt hinterm Baum. Dreck hinterm Baum. Das ist der letzte. Gib den Morpho für eine Kranz. Hab ich schon. Hatze, hatze, hatze. Okay. Er ist direkt hier hinterm Baum. Er heilt sich. Ja, ich heil mich auch. Warte, Alizee, warte, dann gehst du links rum, ich rechts rum. Warte, wir heilen uns. Schmeiß ne Granate auf den Tiefen. Nachladen. Granate einfach hier auf mich schmeißen. Ich hab keine Granate mehr, oder? Doch, ich hab eine. Schmeiß, 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 schmeiß. Oh Mann. Okay. Pass auf, Alizee kommt links. Alizee kommt links. Alizee kommt links. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Binne, binne, chicken dinner. Alizee letzte Kill. Perfekt. Ja, leck mich doch am Hut. Ah, Mann ey. Ah, war ne schicke Runde. Wie ist der Kontostand? Drei Kills. Einen. Ah, ich hab ohne zu viel. Zehn. Sechs. Den hast du gut mit der Granate erwischt. Den hast du gut erwischt. Den hast du gut erwischt. Den hast du gut erwischt. Und am Anfang die vier. Alle vier. Bam, 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 bam. Ja, war ne schöne Runde. Ich hoffe, hat nicht gefallen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Daumen hoch natürlich. Habe die Erde. Bis denn. Die Unterhose-Gang ballert. Habe die Erde. Tschüss. Verbreit den Schreck gerne. Dann morf mit seiner Strumpf, äh, äh, Strumpf-Innhose. Ja. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Tschüss.